Herzlich willkommen bei Dirks und Klauses Super-Super-Show. Sie hören das Klackern eines Steckers und Dirk und Klaus in FÜRNÜSSE! Mit Dirk und Klaus. Ah ja, stimmt. Das habe ich wieder vergessen. Ist ja auch nicht das erste Mal eigentlich. Doch, ist die erste Folge, die wir aufnehmen. Doch. Aber wir strahlen sie erst als Folge 64 aus und geben sie nur als Cartridge fürs N64 aus. Ist 65 eigentlich ein Jubiläum oder eher 70? Oder wann kommt nochmal die... Rente? Nie! Der Witz. Ich dachte jetzt eigentlich, in so kleinen Ortschaften kommt dann gerne mal der örtliche Posaunenchor oder sowas. und sagt dann, Happy Birthday, nee, solange wie Du lebst, auf all Deinen Wegen soll... Weiß doch die Lieder, meine Güte. Ja, auf all Deinen Wegen soll die Weißwurst gehen. Ja, genau. Lass mich doch nicht hier so im Regen stehen, meine Güte. Dein Leben hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. So. Jawohl, mein Schatz, es ist vorbei, denn du musst... Nee, doch, du musst nicht traurig sein. Wir sind ja nicht... Warum weiß ich das? Ja, ich hatte eine sehr fragwürdige Erziehung. Dirk wurde großgezogen im Chor des Schützenvereins Mapping Nord. Mapping Nord, wo seid ihr? Über Mapping Süd, wenn du die Karte richtig rumhältst. Weil dieses nervöse Auge, das dann auf den Pegel guckt, oh Gottes Willen, ey, haben wir da nichts von. Das sieht ein bisschen aus wie ein EKG-Patient. Ich müsste dann aber eigentlich regelmäßig, beziehungsweise nach dieser Auswertung wahrscheinlich, sollte dir ein paar Blocker schlucken oder ab und zu mal sich eine Autobatterie lecken oder so. Sich eine Autobatterie lecken. Herzlich Willkommen. Ist der Hintergrund eine Kloschlüssel? Das sieht aus wie ein... Oh, da habe ich meine Brille nicht auf. Kreisrund? Du drehst die immer noch um wie so eine Schaufensterpuppe. Wie kann ich mich da ansonsten um 180 Grad drehen? Nee, ich meine, du kannst ja sowas machen. Und du machst halt... Ja, da komme ich dann nicht. Ja, genau. Da kommst du ja nicht hin. Mit deinem steifigen Hundehals. Skurril. Jedenfalls ist das ein Ringlicht. Was das? Ach, das Ringlicht, ist das oval? Nee. Okay. Dann liegt das da unten, weil diese Verschraubung dran ist, sieht so oval aus. Ja, das... Ja. Aber man könnte sich rein theoretisch aufs Ringlicht setzen, oder? Wenn du es kaputt machen möchtest, ja. Kannst du dich draufsetzen. Nein. Also es gibt doch diese zwei... Hämorrhoidenringe. Ja. Diese zwei oder drei... Boden. Blöcke. Blockbuster. Unter der Schüssel. Damit die Schüssel, also der Sitzbereich, nicht draufknallt. Aha. Und jetzt schraubst du die ab und schraubst das Ringlicht runter, beziehungsweise erweiterst du die, dass die halt immer noch draufkommen. Ja, ja. Und dann hältst du das Ringlicht. Wäre das nicht geil? Hast du immer so eine leuchtende Schüssel? Meinst du, das macht nicht auch was? Das ist die Frage. Leuchtet es nach oben oder leuchtet es nach unten? Naja, es strahlt in die Schüssel und von der Seite ist es weg. Also wie die Unterbodenbeleuchtung eines Manta GT. Gibt's schon. Stimmt. Habe ich nämlich letztens auch gesehen. Das war halt auch so ein Billo... Amazon-Angebot? Ja. Ja, genau. Und da habe ich echt kurz überlegt, dachte ich, Aaron, wirklich? Aber da habe ich gedacht, ich habe mich gefragt, ob das psychologisch was macht. Wenn du auf einer Schüssel sitzt und irgendwie aus einem Schritt heraus strahlt es. Also mal ein bisschen was anderes, mal was Positives. Nicht, dass du da so sitzt und denkst, pinkeln, schittern, sondern... Ja. Ja, aber zu richtig schönem Licht. Ja. Und nicht von oben. Kannst du das gelb oder braun einstellen? Ja, aber auch vielleicht so... Das Licht auch. Genau. Oh Gott. Na, aber du hast doch immer so dein favorisiertes, eiskaltes Krematorium-Licht. Ja. 2400 Kelvin. Genau. So, dass die Luxzahl dir quasi die Haare am Pöter wegschmirgeln, lasern. Gute Laune Licht. Genau. Und du hättest dann so eine App und kannst dann mit deinem Regler sagen, also kannst auf blind stellen. Und dann bist du auf dem Pott und denkst so, what? Das macht doch was. Ich glaube, das würde was mit einem machen. Ich glaube, ganz viele Darmprobleme würden sich lösen, wenn du mit enormem, oder nicht nur enorm, sondern einfach nur mit Licht... Also analog zum photischen Niesreflex, der auslöst, dass man niest, wenn man in die Sonne guckt, gibt es auch den photischen Darm-löst-sich-Reflex. Ja. Das untenrum alles, alles sich entspannt. Weil man soll ja nicht drücken, sonst kriegst du ja deine Hämorrhoiden und dann, oder beziehungsweise nicht selten sterben ja ältere Herrschaften auf der Schüssel. Weil dann kleine Äderchen im Hirn dann mal sich verabschieden, weil die gewöhnt sind... Ein würdevoller Tod. Ja. Ich meine, Elvis, okay, der hat noch andere Sachen auf dem Klo gemacht, dass es da zu Ende ging. Aber, ähm, ja, ich denke manchmal daran, Aaron, entspann dich. So. Und ich glaube, mit dem Licht, ich weiß jetzt nicht, manche denken ja noch ein bisschen an Musik dann vielleicht. Ja. Ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn du halt auf, ähm, auf so öffentlichen, also semi-öffentlichen Toiletten von guten Hotels gehst, dass da so eine eigene Atmosphäre herrscht und manchmal auch ganz... Was sind denn semi-öffentliche Toiletten, die eine Trennwand haben? Nein. Also ich meine, äh, Hotels, also Quatsch, Toiletten im Hotelbereich, die nicht zum Zimmer gehören, sind ja in dem Sinne jetzt trotzdem nicht öffentlich, dass jeder da als Tourist sagt, meine Güte, Budapest ist schön, aber jetzt muss ich schottern. Sondern du bist halt da und darfst vielleicht als Gast, der es auf sein Zimmer, was noch nicht fertig ist, warten im Foyer. Und dann sagst du, ich müsste mal ganz dolle mit meinem Diarrhoe zersetzten Körper wohin? Dann sagen sie, ja, wir haben hier so eine semi-öffentliche Toilette für wartende Gäste beispielsweise. Und dann dürftest du quasi auf eine Toilette, die nicht nur für dich in dem Zeitraum da ist, sondern für alle, die sich im Foyer befinden, da ist. Und solche Toiletten meine ich, und die sind manchmal ganz besonders mit so ganz feiner Musik im Hintergrund. Der Duft spielt dann auch mal eine Rolle. Ist ja gerade so ein Beißner-Reiniger durchgejagt worden? Oder stehen vielleicht sogar frische Blumen da? Oder in deinem Fall wäre vielleicht so ein Strauß Minze nicht verkehrt? Ja, schreib erst mal deinem Ornithologen eine Nachricht, dass du heute später kommst. Mr. James Bond. Ja, aber du verstehst auch, was ich meine. Ja. Wenn ihr das versteht, schreibt an Ed für eine Support auf Twitter. Aber du verstehst auch, ich meine. Ja, ich verstehe, was du meinst. Ja, und das ist meine Frage. Hast du schon mal auf so einer Toilette gesessen oder gestanden? Ja. Ja. Und auf so einer Rezeptionstoilette? Obwohl ich wiederum glaube, dass die Toilette für die Rezeptionisten wieder was einfacher ist. Ja, sicher. Das ist dann mehr so die aufgesägte Sprite-Flasche und den Träger. Die Amazon-Lösung. Die Amazon-Lösung. Einfach in den Katheter legen. So. Das sind immer die Momente, wenn sie dann kurz mal nicht mehr deinen Blick halten können. Sie hatten 710. Das wird noch gerade vorbereitet. Bitte setz dich kurz in den Rezeptionsbereich. Bibi. Ja. 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 So ein bisschen wie eine Toilette in einer Konzertlocation. So im Konzerthaus. Konzerthaus? Oder in einer Oper oder in einem Theater. Beispiel das Konzerthaus. Das ist ja auch so eine semi-öffentliche Toilette. Ja. Aber hat auch, ja. Ja. Hat, wenn du Glück hast, auch das Ambiente einer semi-öffentlichen Hotel-Toilette. Also ich kann sagen, die Herrentoilette im Konzerthaus Berlin-Mitte, die nicht. Die befindet sich irgendwie unten. Drei Schüsseln nach unten. Ja. Also die befinden sich irgendwie unten da, wo auch dann so ein Cafeteria-ähnlicher Bereich ist. Und da hast du ganz normal drei Pissoirs, zwei Schüsseln. Viel Spaß. Eng, klein, nicht viel Licht. Nicht schön. Also ist jetzt nicht hässlich. Kein Toilettenerlebnis. Genau. Ist kein Erlebnis. Ja. Ja. Ist natürlich ärgerlich, ne? Da verpasst man immer viele Chancen. Ja. Auch eigentlich wäre es so gut, wenn die Toiletten an den Panoramafenstern wären. So ein bisschen wie Sanifair, dir immer so ein Semi-Panorama versuchen zu präsentieren. Also Sanifair in Nürnberg zum Beispiel hat auf den Schüsseln hinten hinter dieser komischen Blur-Wand oder sowas so Bilder rangepackt, dass du das Gefühl hast, auch von der Beleuchtung, hinter mir ist eine große Weide oder sowas. Ja. Wo man halt gerne auf Toilette geht. Ja, Sanifair versucht ja das Ganze schon ein bisschen so als Erlebnis zu bauen. Du kennst auch die Werbung, die Kalkofer mal parodiert hat von denen, oder? Mit dem Mädchen mit dem Rucksack, die halt offensichtlich eine erwachsene Schauspielerin ist. Ach so, ne. Naja, so Erwachsene hat so 16, 17. Die spielt aber so, als ob sie sieben oder acht sein soll. Das ist extrem peinlich. Okay, ich dachte, das geht schon in so eine Pedophilie-Richtung. Nee, das ist einfach nur extrem peinlich. Und er hat so eine, ja, so ein Erwachsenungsmittel und sagt, so, jetzt kommst du mit auf Toilette, Mr. Schnuffels? Und nimmt halt ihr Stofftier mit rein. Ich dachte, ein Angestellter heißt Mr. Schnuffels. Ja, soll ich mal zu meiner Frage kommen, weil du bist ja gerade auf 120 von deiner Energie. Gott, der nickt schon wieder ein. Hallo. Meine Frage ist, jetzt klingt es schon wieder so, als ob ich mir es ausdenken würde. Ich habe mir überlegt, eigentlich wollte ich es vor der Show machen, die einfach während der Show Trials an die Hand drücken. Das Motocross-Spiel. Dass du zu Multitasking gezwungen bist. Ach, das kann kein Mensch, nachgewiesenermaßen. Ja, bei Trials tatsächlich nicht. Meine Frage ist, wie ist wohl das Leben mit einer Sexpuppe? Reden wir von klassischen Sexpuppen oder reden wir von den roboterartigen Sexpuppen? Also jetzt nicht welche, die sich selber bewegen können. Also ich weiß nicht, ob es da halt diverse Bereiche gibt, die sich bewegen können. Sprich halt irgendwelche Vibrationsareale oder sowas. Aber du hast mich ja letztens gefragt, weil ich dir ein Foto von meiner Pflanze geschickt habe. Was sind denn das alles für Kartons da? Warum versteckst du dich die ganze Zeit hinter deinem Pop-Schutz? Was machst du denn da? Ist das hier unangenehm? Ich muss dicht am Mikrofon sein. Ja, aber nicht mit den Augen. Oder soll ich so mit dir reden? Nee, aber so kann ich noch, ich kann sonst die Pegel nicht sehen. Naja, ich kann den Pegel auch nicht sehen. Ja. Nicht mehr. Für dich irrelevant. Ja. Machst du ja nichts. Du guckst ja eben nur ganz erschrocken, wenn ich laut werde. Ja, du siehst. Dafür musst du dich hinschauen. Du kannst dich entspannen und drehst den Bildschirm weg. Jedenfalls hast du mir das Foto geschickt. Da waren noch ein paar Kartons drauf. Hast du gefragt, was hast du dir denn alles bestellt in letzter Zeit? Dann habe ich ihn lustigerweise natürlich links zu irgendwelchen Sexpuppen hingeschickt. Das ist für deinen Amazon-Suchverlauf ideal. Ja, und? Ja, und? Und? Egal. Du musst auf jeden Fall dein Cage lernen. Weil wenn dann jemand anderes P drückt, dann kommt gleich Pornhub. Und? So what? Was ist denn daran so schlimm, wenn der Pornhub auf... Alter, hast du die Schuhe dreckig, äh, die Socken dreckig gekauft? Ich weiß auch nicht. Er trägt, ich sag mal so, Richtung weiße Socken, die unten halt richtig schwarz sind. Ich habe heute schon damit trainiert. Ja, draußen hast du gemerkt, verdammt, Schuhe vergessen. Was heißt denn trainiert? Warum werden dir denn Socken dreckig, wenn du trainierst? Ich habe meine normalen Indoor-Sportschule, die ich schon seit Jahren habe. Und die sind dreckig, oder wie? Ja, sicher sind die dreckig. Sicher? Er hat halt über Jahre Schweiß über dunkle Socken eingezogen in die Sohle. Übrigens, schöne Challenge, das können wir nachher noch drüber reden. Ja, also das Leben mit so einer halbautomatischen Sexpuppen. Ja, ich wollte eigentlich erst mal nur erzählen, dass ich dann die gegoogelt habe und dann gesehen habe, dass nicht lustigerweise, was ja halt standardmäßig diese aufblasbaren Dinger, diese, ja eigentlich nur Luftballons in lustiger Form, also die kann man ja nicht im Ansatzweise, sag ich jetzt mal, für, also kann man schon, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass da halt man richtig Spaß mit hat, sexuell sich da irgendwie an so einem Luftballon. Aus so einer Luftmatratze? Ja, außer man ist ein Luma oder sowas. Ah, ja. Ja, jedenfalls sind die, was ich krass finde, als man die ersten Berichte in den 90ern halt irgendwie, keine Ahnung, welche Fernsehsender darüber berichtet haben, irgendwie Boulevardmagazine, wie arschteuer, aber wie krass lebensecht und sowas und die sind ja krass erschwinglich mittlerweile. Also früher, was dann halt da irgendwie 5000 Euro oder Dollar kostet, kriegst du jetzt für 400, 500 Euro. Und dann sind das halt, ich habe mich da natürlich eingelesen, das ist ein Leichtmetallskelett, an den halt medizinischer Coucho dran geklatscht wurde und krass ist dann halt, was für Künstler sich dann halt da im Gesicht verlieren, also weil die Kunst sind gar nicht halt, was die meisten wahrscheinlich denken, irgendwie die Öffnung oder die Brüste, sondern halt die Gesichter halt irgendwie einigermaßen menschlich wirken zu lassen. Und dann, was ich sehr geil fand, die Rezension, wenn man die dazu liest, das ist einheitlich, also was ich so sammeln konnte, eine große Beschwerde im Raum steht, bei männlichen als auch bei weiblichen Sexpuppen. Und zwar eine Sache, die die nicht können. Was glaubst du, was die meisten Leute so richtig stresst, wenn die sich so eine Sexpuppe, so eine Real-Life-Sex-Doll holen? Dass die nicht können, dass die nicht feucht werden. Nee, da hast du ja dann tausend Cremes und Tugelboden. Ja gut, ich dachte, vielleicht erwartest du das von so einer Real-Life-Sex-Doll. Da gibt es dann auch mal den guten Tipp, Gleitcreme anwärmen. Ja, kein Smalltalk nach dem Sex. Das meinst du, das wird, das ist als Manko. Ja, nee. Deswegen holt man sich auch die Puppe. Was ist denn? Weiß ich nicht. Dass sie nicht stehen. Dass sie nicht aufrecht stehen können. Wie? Lame. Und da habe ich gedacht, was? Und dann kam halt der Gedanke, dass es halt nicht eine Sexpuppe ist ausschließlich, sondern das halt schon in die Richtung geht von wegen, ich teile mein Leben mit dieser Puppe. Und dann gab es halt auch Leute, die dann halt einfach Bilder da reinpacken mit Namen und sonst was, wo dann halt ein Münchner seine Puppe gesagt hat von wegen, dass sie halt total sexy ist, aber er findet sie am schönsten so. Und die saß dann in einer FC Bayern München-Liege komplett in Fußballklamotten. Und daneben war da halt Dose Bier und alles auf. Einzelschicksale. Also richtig krass. Und plötzlich hat es das Gefühl, dass dieses tote Gesicht, der noch ein bisschen schmerzverzerrt, dich anschaut und denkt, Hilfe, Hilfe. Das Schicksal aller FC Bayern-Fans. Wahrscheinlich. Ja, also ich weiß auch ein bisschen mehr darüber. Weil meine Texter-Abenteuer Ja, selbstverständlich. Fühlen mich auch immer mal wieder zu Produktbeschreibungen von Sexpuppen. Du wählst doch die Themen, die du schreibst, über die du schreibst, oder nicht? Ja, aber die sind relativ gut bezahlt. Das normalerweise mache ich sowas nicht. Also Produktbeschreibungen. Ja, ist klar. Aber, also da gibt es Leute, die machen das total gern. Ich mag das halt nicht, weil das immer nur so 100 oder 200 Wörter sind. Und das ist mir normalerweise den Aufwand nicht wert, das pro Text zu machen. Aber in solchen Fällen sind die immer relativ lange da. Und wenn ich irgendwie mal einen Tag habe, wo keine guten Aufträge drin sind, kann ich die immer ziemlich safe annehmen. Deswegen weiß ich auch, also wie gut gestaltet die sind. Dass du dir Sachen wie die Schambehaarung mitbestellen kannst. Also du hast gewisse Individualisierungsmöglichkeiten, die du gerne hättest. Das ist dann aber Echthaar, oder was? Weiß ich nicht. Ich würde sagen eher nicht. Also das ist eher Kunsthaar. Echthaar, nee, Kunsthaar. Das ist ziemlich sicher Kunsthaar. Aber ich dachte, die Perücken wären Echthaar auf Wunsch. Kannst du sicherlich in der Perücke, ich weiß es nicht, ob du das bei der Schambehaarung auch ändern kannst. Naja, das und dann sind die halt auch, du kannst sie bis zu lebensgroß bestellen. Normalerweise sind sie halt ein bisschen kleiner und dann auch ein bisschen günstiger. Da hast du halt so eine creepy Zwischengröße von 140, 160 Zentimeter. Oder 140, 130, 150 Zentimeter, 160 ist das schon wieder eine relativ normale Größe. Ich wollte gerade sagen. Nein, aber 140 ist schon ein bisschen creepy für so eine Sexpuppe. Das ist dann halt aber auch, in welche Richtung geht das? Weil viele sind optisch erstmal, wo du denkst, die sind nicht im Ansatzweise 18, die Gesichter. Ja, das hat glaube ich so ein bisschen wie ein Anime-Film. Ja, da ist ja die Basis, da kommt es ja her. Da haben auch viele gesagt von wegen, der Anfang war ja sehr teuer und sehr Anime-Style-lastig so. Und jetzt haben die halt teilweise auch einen europäischen Look und sind krass erschwinglich. Ja, also das ist wie gesagt, das weiß ich jetzt auch. Und ich glaube, Real Doll heißt die eine Firma, die die herstellt. Bestimmt. Ja, also es gibt sicher eine, die Real Doll heißt. Real Doll sind die, für die ich auch ein paar Texte geschrieben habe. Wo es dann auch darum geht, ja, du kannst dann, also die sind dann halt auch einfach gestylt. Die gehen dann in verschiedene Richtungen. Die eine sieht halt aus wie so eine 80er-Jahre, wie eine 80er-Jahre-Popsängerin, so Bonnie M. mäßig. Ja. Superheldinnen und so. Aber ich meine, das sind ja eigentlich nur die Kostüme, die Basis. Wonder Woman haben möchtest? Ja, aber die Gesichter sind halt auch dann so angelehnt daran, wie die gerade popkulturell repräsentiert werden. Also Gesicht und Haare. Also jetzt Wonder Woman dann zum Beispiel, ist halt dann eher so Richtung Gal Gadot. Gegen was? Gal Gadot, die Schauspielerin, die Wonder Woman spielt. Okay. Israelisches Model. Ah, die mit? Bei Conan. Ah, ja, ja, okay. Also, ja, aber das sind ja noch die einfachen Modelle, die keinen Sprachcomputer. Weil es gab bei der Daily Show mit Trevor Noah, gab es halt mal so ein Feature, wo Daisy Lydig, die weibliche Korrespondentin, ich glaube, die einzige weibliche Außenkorrespondentin zumindest von der Daily Show, in so einer Fabrik war. Und die haben halt alle genau das Gleiche, was Siri hat, was OK Google hat, was Samsungs Bixby heißt der, glaube ich, hat. Einfach so eine normale Sprachassistenz drin. Oder wie Amazons Alexa. Aber ich meine, es gibt keine Lippenbewegung, oder? Äh, nee, ich glaube das noch nicht, aber die können halt einfach so Basisfragen und so ein bisschen Smalltalk. Ich kann deine Gedanken hören. Ja, so ein bisschen Smalltalk. Ja. Gruselig. Ja, also das ist dann halt, das ist halt der neueste Trend, ich weiß gar nicht, wie heißen denn, Kikonori oder so? Diese japanischen, es gibt so einen Überbegriff für die japanischen jungen Männer, also wirklich so 20, 30, die halt überhaupt keine realen Beziehungen mehr kennen, sondern nur noch mit irgendwelchen Maschinen und Videos sexualisiert sind. Okay. Akikonori oder so. Ja. Ja. Und da, das geht halt immer mehr in die Richtung, da halt auch den Sozialpartner mit zu haben. Also wie du halt meinst, die Beschwerden, die können nicht stehen. Ja. Klar, wie soll ich mit denen ins Kino gehen, wenn sie nicht in der Schlange stehen können mit mir? Ja. Ja, ja. Ich meine, wenn du dich da besser oder ein bisschen besser auskennst, ich meine, dann ist schon die Frage, wo würde man denn sich das aussuchen? Also ich habe jetzt einfach mal bei Amazon geschaut, da gibt es halt eine krass große Auswahl. Ja. Aber ist es dann schon so, dass du sagst, von wegen, dann doch lieber bei Real Life Doll oder wie heißt es? Ja, also ich habe das halt geschrieben für einen Spezialhändler, der nur das hat. Wollte ich gerade sagen, wenn du dann halt sagst, das soll richtig der Knaller sein. Die, die auch da zusammensetzen. Also ich glaube, bei Amazon bestellst du ja schon eher dann Stangenware, ich weiß nicht. Es kann natürlich sein, dass es derselbe Shop ist, der auch über Amazon vertreibt. 20 Prozent günstiger, wenn sie gebraucht kaufen. Eine Anmerkung oder Beschwerde war halt von wegen, Reinigung ist voll kompliziert. Warum haben sie drin das nicht als Schlauch gebaut? Dann kann ich oben einmal durchspritzen. Ich dachte, na, da könnte man jetzt sagen, vielen Dank, darüber denken wir mal nach. Und dann habe ich gedacht, wie soll die Trocknung und die, ach, ach, will man gar nicht drüber nachdenken. Ist das nicht dann wie so ein Flashlight, was dann reingesetzt wird? Was? Ja, so ein Flashlight, dieses quasi, wo du mit einer Taschenlampe Sex hast. Ach so, du meinst, dass das... Ja, was es so an Raststätten als die Taschenmuschi gibt, das gibt es in den USA oder aus den USA hochwertig als Flashlight. Also Flash wie Fleisch. Ja, aber ich meine, es gibt ja vaginal als anal, also... Ja, aber das kann ja ein, unabhängig ob es zwei Öffnungen sind, ein Kanister sein, den du dann rausnimmst und dann... Ja, aber so wie die Aussagen waren die ja schon, also komplett, weil das wäre ja dann auch so ein krass optisches Manko, weil wie willst du einerseits diese ständige herausnehmbare Flashlight da reinsetzen und andererseits aber dennoch halt irgendwie so einen erotischen Bereich da schaffen, wenn du nicht sagst, die sieht ganz klar aus wie so eine Fleischeröhre. Viel Spaß damit, wo sich halt die Leute ja auch tot diskutieren über die Farbe der Nippel und sagen von wegen, naja, aber die ist von ein bisschen untypisch, wenn jemand sagt von wegen, aha, so das Gefühl von wegen, dass menschliche Nippel weltweit gleiche Farbe haben, sowas und dann, ja, was bist du für... Und dann ging ja die Beleidigung los, also so ein bisschen kreativ im Beleidigen, wo ich dachte, wow, es wird jetzt wirklich gestritten über Nippelfarbe, aber das war dann halt auch irgendwie, dass die, dass solche Sachen... Aber die sahen halt auf jeden Fall nicht, also jedenfalls, wie ich gesehen habe, nicht so aus, als ob man da separat Bereiche da halt irgendwie abnehmen kann, weil sie sehr interessant waren, wo ich dachte, ist das nicht eher ein Fortschritt, dass jemand sagt, ja, zu den Brüsten würde ich jetzt sagen, die sind gar nicht so toll wie auf den Fotos, weil sie in manchen Positionen doch eher zum Hängen neigen. Und ich dachte, okay, krass, also das heißt, die sind halt so gearbeitet, dass sie zwar diese Größe haben, aber wenn jetzt die Puppe, keine Ahnung, sitzt oder so, dass sie tatsächlich anders aussehen, als wenn sie liegt, wo ich ja dachte irgendwie, ist das nicht ein Vorteil, weil das sieht dann ja ein bisschen echter aus und derjenige wollte ja wahrscheinlich dann einfach harte Balance haben oder die Person. Aber das fand ich schon faszinierend, beziehungsweise ging es auch darum, dass, wenn sie saß, dass es wirklich so gearbeitet wurde, dass diese Silikonschicht an den natürlichen Bauchfalten... Dass es Bauchfalten gab, die ganz, also das fand ich halt auch krass, das fand ich dann schon faszinierend als Foto, wo du denkst, das sieht aus wie ein sitzender, also ein Bauch, so eine natürliche Bauchfalte, das wurde auch mockiert, so von wegen, wenn ich mir schon was Künstliches hole, dann kann es doch perfekt sein. Wo ich dachte, ist das perfekt? Also ist das nicht eher... Also was muss man denn bauen, dass es halt im geknickten Zustand flach ist und dem... Nein, eine Plastikpuppe halt quasi. Ja, also... Also das kann ja nichts anderes sein als eine Plastikpuppe, also als wenn du eine Schaufensterpuppe irgendwo hin setzt. Ah, ja. Nee, bitte, Schatz. Wie, also wenn du dir drüber geschrieben hast, wie teuer sind die denn beim Fachmann? Ich habe jetzt nur die... Also das geht auch in die... Ich wollte dich da auch reinbringen mit 500 Euro. Das geht in die Richtung. Ja. Kommt halt ein bisschen drauf an, welche Größe du bestellst, aber für 500 hast du halt diese Basis kleine Größe. Ja. Und dann geht es aber... Aber die sind auch nicht... Also die, über die ich geschrieben habe, waren jetzt auch nicht so teuer. Ich glaube, da waren es so 1000 in der Spitze. Ja. Also was ja... Aber ist schon krass, oder? Also als das mal so vor etlichen Jahren als Thema so aufploppte von wegen, ach, faszinierend, was da in Asien geht, die Leute durchgeknallt, bla, wie man es finden mag, aber dann halt entteuer und dann natürlich ist es halt ein Markt und eine Entwicklung, die halt dann auch irgendwann erschwinglicher ist. Und dann hast du da irgendwie sowas, wo sie auch sagen, ja, die haben dann halt ihre, ich weiß nicht, 30, 40 Kilo oder so. Also irgendwie ist schon ein gewisses Gewicht, aber es ist dann ja auch ein bisschen lebensechtes Gewicht. Und, ähm, ja. Na gut, also sagen wir mal, okay, du hast dann halt eine beim Fachhandel oder bei Amazon, dann geht's die Bestellung. Ich hab gesehen, das wird dann, äh, via UPS transportiert. Du hast mal damals erzählt, dass so Sextoys und sowas gerne als, äh, dachte ich, dachte ich, dachte ich. Von, äh, von, na, wie heißt das? Orion. Also die in Flensburg. Ist das nicht bei Atheuse? Nee. Oder ist das anders? Nee, Orion ist in Flensburg. Beateuse ist nicht, äh, ist nicht Berliner Unternehmen sogar? Okay. Also das Museum war ja lange Zeit hier. Ja, stimmt, stimmt. Aber ich weiß nicht, ob das... Und dass die dann immer irgendwie, äh, Fotoequipment draufgedruckt haben? Druckerzubehör. Druckerzubehör. Du konntest dir aber, das weiß ich, ähm, konntest dir was aussuchen im Internet, was du als Label gerne draufhaben möchtest. Aber steht nicht Absender Orion Sextoys? Nein, 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 nein. Das steht halt irgend so ein Scheinname dann von der Firma. Ach so. Äh, Printex, GmbH, Flensburg oder so. Und du kannst dann natürlich einfach, dann, wenn du halt sowas in der Größe einer Sexpuppe hast, dann kann ja nicht Druckerzubehör stehen, dann steht halt irgendwie Selbstbaum. Möbel oder so drauf. In Klammern, not a Sextoy. Mhm. Ja. Okay. Sportzubehör. Ja. Das heißt, du hast relativ unkompliziert, hast du dann... Ja. Bei uns wär's mit Sicherheit beim Nachbarn abholen. Was haben Sie denn da? Entschuldigung. Ich würde gerne mein Paket bei Ihnen abholen. Das ist ein Möbelpaket. Ja, das haben wir... Oh, doch nicht gequetscht mit den anderen Sachen. Dann ist das Möbeljahr ja ganz schön gedrückt. Habe ich die Geschichte hier mal im Podcast erzählt mit dem Druckerzubehör meiner Nachbarin? Hattest du sowas? Also, ich... Weißt du, war ich bei dem kurzen Wettbewerb in Flensburg was gewonnen habe? Und die haben mir dann irgendwann ein Druckerzubehör zugeschickt. Ich hab's in... Hä, das Flensburg? Die haben dir ein Druckerzubehör? Die waren von Orion gesponsort. Ah, okay. Und ich hab dann irgendwie ein Paket bekommen mit Druckerzubehör. Und ich guck das Paket an. Ich so, Druckerzubehör? Ich hab doch kein Druckerzubehör bestellt. Mach auf und sehe halt so ein durchsichtiges Paket mit lauter Sexspielzeug. Mit Handschellen, Gleitgels. War aber in deinem Namen? Ja, genau. Was hat deine Nachbarin damit zu tun? Nein, pass auf. Ich hab's aufgemacht und ich so, ah, Druckerzubehör. Und dann irgendwann hab ich ein Paket von meiner Nachbarin angenommen mit Druckerzubehör. Gleiche Aufmachung. Ja, das weiß ich nicht mehr, aber es stand halt Druckerzubehör drauf. Ja. Generell, dass Druckerzubehör draufstehen ist. Ja, genau. So. Und dann holt sie es irgendwann ab und sagt dann, ach, mein Druckerzubehör. Nicht drüber redet, wenn nicht drüber redet. Klassische Anfängerfehler. Und du hast es hoffentlich wiederholt. Ja, dein Druckerzubehör. Soll ich dir beim Einrichten deines Druckers helfen? Ist er Tintenstrahl oder Laser? Nadel. Ja, warum nicht? Okay, dann hast du halt das Ding abgeholt beim Nachbarn, schleppst dich halt ab. Bei uns wahrscheinlich Nachbarn deiner Wahl. Das heißt, irgendwo in Zehlendorf werden wir halt dann irgendwie mit einem Leihfahrrad davor, dann mit drei Zugurten und ein bisschen Panzertape am Leihfahrrad fahren wir halt einmal durch Berlin. Prinzipiell gut, aber die Puppe sitzt einfach nicht gut auf dem Leihfahrrad. Genau, aber wenn ich die Schnauze voll habe, brauchen wir es schon auseinander. Vorne in den Korb setzen. Ah, brauchen wir es schon auseinander. Nächste Frage. Weißt du, ob die final montiert sind oder ob ich da Kopf, Auge, Ohren habe? Nein, wenn sie komplett mit Silikon überzogen sind. Weil ansonsten kannst du halt auch, könntest du ja wirklich den Unterkörper rausnehmen und einzeln waschen. Ja, stimmt. Also deswegen glaube ich. Ich habe irgendwo gelesen, bei einer hieß es von wegen, man soll am Anfang Kopf justieren, bla bla. Und da habe ich gedacht, natürlich, da ist Haar und sowas, da kann man im Nacken sehr viel verdecken, dass man vielleicht da irgendwie noch was hat. Ja, das kann sein. Ich habe auch gedacht, ob es da neben dem Stahl oder Metallknochengerüst noch so eine Art Sehnenkonstrukt aus Stahlseilen gibt, dass man vielleicht am Hals dann irgendwie nochmal so eine Stellschraube hat, dass man sagt, und jetzt alles in so einer, weißt du, vielleicht so labberig. Ich habe gedacht, dass man vielleicht alles so packen kann, dass man die Arme runter und die Beine hoch, dass man das von einer Packform kleiner kriegt als ganz sichtlichen Pappsack. Du kannst sie wahrscheinlich einfach deutlich überdehnen. Also mit den Puppensachen macht du das, also wirklich die Beine dann mit den Knöcheln neben die Ohren legen. Ist wie so eine Matratze, die man sich bestellt, die gerollt kommt. Okay, dann ist das Ding komplett gefaltet. Oder du kannst die Wirbelsäule ganz krass bewegen an einem Winkel, dass du sie nochmal klappen kannst. Es würde ja eigentlich reichen, wenn du schon alles auf Torsogröße zusammenfalten kannst. Dann ist die Sache halt, wenn du deinen Kopf noch abschrauben könntest, obwohl, der wäre ja oben, ist ja egal, das wäre jetzt entweder lenklicher oder höher. Okay, dann hast du das Ding, dann schraubst du, da ist doch auch Klamotten dabei. Oder hast du dann halt irgendwie nackt und du sagst, gut. Nee, da sind Klamotten dabei. Da ist sie jetzt geduscht. Glaube ich. Also Klamotten dabei und ich bin mir ziemlich sicher, dass sie, was Unterwäsche angeht, relative Standardgrößen haben. Ja. Dass du halt immer dann normale Unterwäsche bei H&M oder irgendwo kaufen kannst. Warum soll ich jetzt immer Unterwäsche kaufen? Naja, wenn du halt darauf stehst, deine Puppe in verschiedene Dessous zu stecken. Ah, okay. Aber dass du dann halt nicht irgendwie sagst, okay, die hat so eine ganz abgefahrene Puppengröße, sondern die hat dann halt einfach, weiß ich nicht, Höschen S und oben 85 D. Für alle Zuhörer und Zuhörerinnen sind nur, dass wir uns entschuldigen, es liegt an unserer sexuellen Präferenz, dass wir jetzt nur über weibliche Sexpuppen reden. Und es gibt natürlich auch männliche Sexpuppen. Ja, das stimmt, ja. Und ich weiß nicht, bestimmt auch intersexuelle, also transgender Sexpuppen? Hundertprozentig, ja. Also auch so, wie heißt das in Pornoszenen? She-Males. Gibt es eigentlich auch so Fantasy-Dolls, dass man sagt von wegen, ich hätte gerne Penis an der Stirn, Muschi am Ohr. Das weiß ich nicht, ob du das halt Spezialanwärtig machen musst. Aber es gibt auf jeden Fall so Science-Fiction und Alien und so Quatsch. Okay, das heißt, die haben halt den gleichen Aufbau, aber die haben halt… Blaue Haut. Okay. Also das weiß ich auch, die Flashlights gibt es halt auch in einer Million verschiedenen Farbausführungen, unter anderem auch in Klarsicht. Also transparentes Glibbermatt. Ja. Ich meine, okay, aber der Flashlight ist auch sowas Abstraktes. Ich weiß auch nicht, ob man währenddessen da hinkommt und denkt, geil, das sieht ja aus wie eine Flashlight. Das wird ja auch explizit mit Werbung gemacht, dass das Flashlight auch von Frauen für den Mann benutzt werden kann. Von Frauen für den Mann? Ja, als Sexualspielzeug für den Partner. Ach so, okay. Ja, ja, ja. Was auch sehr lustig ist bei manchen Rezensionen, dass dann immer stand von denen super toll, bla bla, alles echt so. Und dann kam sehr gut an als Geschenk. Und ich dachte, ja genau, dein Kumpel hat Geburtstag als Gag, haben wir ihm mal für fünf bis tausend Euro, haben wir ihm dann einfach mal so eine Sexdoll geschickt. Plastischer Junggesellenabschied. Also Timo wird sich daran erinnern, dass er halt von uns mal zum 21. so eine Sexpuppe, die halt damals zum Aufpusten war und die war damals echt teuer. Was, 50 Euro, 50 Mark? Nee, ich glaube 30, 40 Euro, aber ich fand das schon arschteuer, weil es war halt einfach ein richtig hässlicher Ballon. So, ich war ja noch nicht mal Luftmatratze. Aber die sind ja auch schon einfach so ein Gag für sich. Also allein dieses komische Aussehen. Ja, also, dass es so anfängt. Der konstante Blick des Schocks. Genau, ja. Ja, jetzt springen wir so viel. Okay, die ist jetzt, wo waren wir jetzt? Wir haben sie jetzt im Leihfahrrad einmal durch die Stadt gefahren. Sie ist zu Hause bei uns, mit Klamotten, aber wahrscheinlich noch nicht angezogen. Ja, genau. Ja, bei manchen, also bei so, ich sage jetzt mal, vielleicht besseren, da war dann halt irgendwie, da standen dann halt Klamotten dabei und Reiniger und, was ich nicht genau weiß, was es ist, halt irgendwie eine Röhre. Da haben die irgendwas von einer Röhre. Da habe ich gedacht, ob das so eine Reinigungsrohre ist, dass man sagt, ich führe die, sagen wir, unten, oben mittig ein. Und dann gebe ich da halt irgendwie das Reinigen. Das ist ja wahrscheinlich auch, da brauchst du ja am besten eigentlich eine Badewanne. Ich glaube, auch dann wird es trocknen schwierig. Ja, aber du musst ja schon halt, also das gibt ja halt Reiniger. Also wenn ihr das hört, ihr müsst da schon auch sauber machen, Freunde, nicht einfach nur reinhalten und vergessen. Ja, also ist es halt nicht so eine Einwegpuppe. Oder wenn, dann eine sehr teure. Ja. Ja, okay. Ja, ich frage mich echt, wie man diesen Kanal dann reinigt, eingetrocknet. Bei Booket Tiger oder so. Booket Tiger? Ja, heißt denn das, wo du halt so eine Reinigungskraft für deine Wohnung dir holen kannst. Das kostet extra, wenn du dir Sexpuppen mit sauber machen soll. Ich weiß gar nicht, warum du das weißt. Nee, vielleicht hast du ja, vielleicht hast du ja, vielleicht hast du ja so eine Klammer um die, um alle Körpereingänge offen zu halten zum Trocknen. Ah, okay. Wäre jetzt meine Idee. Das würde Sinn ergeben, weil sonst wäre das ja. Oder du machst die Klammer rein, die hält das offen, dann kannst du auch besser reinigen mit, weiß ich nicht, so einem Pfeifen, vielleicht ist da ein größerer Pfeifenreiniger dabei. Ich würde mal sagen, da ist gar nicht so viel grobe Dreck drin. Also ich hoffe, also nutzt es nicht. Also macht was er wollte damit, ist ja Puppe. Oder das lässt sich nach außen stülpen. Dass da der komplette Eingang sich nach außen stülpen lässt. Dass du das irgendwie. Achso, dass du es so. Dass du quasi so wie ein festeres Kondom drin hast. Aber ist es deine Umkehrschluss nicht die Gefahr, wenn du zu wenig gleich gehst oder das Ding alt ist, dass du dann halt beim rein und raus bewegen dann halt immer die sich nach außen krempelt. Also es ist ja nicht eher so ein fruseliger Moment als ein lustvoller. Dass du so denkst, was ist das denn los? Ich glaube, wenn du an den Punkt angekommen bist, dass du regelmäßig, wenn du Sex, Popa Sex hast, dann... Ist dir das egal, wenn da so ein Plastikschlauch aus dem Mund raushängt. Oder die Frage ist natürlich auch, kannst du das austauschen? Dein Schlauch. Ja, sind die Abriebstellen, sag ich mal, austauschbar? Ne, ich meine, das Abreiben der Puppe sollte man ja auch ein bisschen reduzieren. Ja, aber reduzieren reduziert ja nur und verhindert nicht. Meinst du, mit dir macht das denn Spaß, wenn du da halt irgendwelche Abriebstellen hast? Da hast du ja selber Abrieb. Ja, eben, deswegen willst du es ja austauschen an der Puppe, wenn es ordentlich benutzt ist. Und ansonsten kannst du halt dir für 700 Euro die nächste Puppe holen. Das ist doch nicht schön. Das ist ja nicht wie ein Smartphone, wo du jedes Jahr ein neues haben brauchst. Haben brauchst. Haben brauchst. Gut, dann haben wir die jetzt zu Hause, die haben wir angezogen. Haben wir sie nicht erst mal geduscht und gewaschen? Aber ist die nicht Fabrik-fresh? Du, wir waschen doch ein T-Shirt, wenn wir das gekauft haben. Und das noch original verschweißt ist. Stimmt. Scheiße, ey, das fängt ja nur mit Stress an. Ja, so und die Klamotten kannst du dann auch gleich einmal in die Waschmaschine schmeißen, die dabei liegen. Wer wird denn so traditionell wie, keine Ahnung, Kondome, dass dann halt jede dritte Puppe so einen Hardcore-Test in der Fabrik, keine Ahnung, dass da so eine, weißt du? Dirk macht gerade das Choo-Choo-Symbol mit der Faust. Naja, also die müssen sicher gehen, dass ja nicht irgendwie so Mankos dann am Fließband entstehen. Ich glaube, das Einzige, was dann wirklich passieren kann, was schlimm ist, ist, dass dein Penis ans Endoskelett gerät, an dieses sich an dem Metallskelett verhakt. Übrigens auch, glaube ich, ein richtig schönes Bild im Falle eines Hausbrandes, wenn die Feuerwehr bei dir in die brennende Wohnung stürmt, die Sexpuppe so ein bisschen hinter den Nebelschwaden sieht und denkt, da ist eine Frau, die sie retten müssen. Und dann schmilzt die Haut und dahinter ist so ein Terminator-Gesicht. Also der Feuerwehrmann kündigt. Naja, aber da werden sie ja darauf geachtet haben, dass unten und oben bitte nicht dahinter direkt, keine Ahnung, irgendwie so eine Drahtverzwirbelung ist, dass du dir da einen weghängst. Also bitte nicht mehr Vorhaut benutzen oder was? Vorsicht, ab über eine Einführlänge von 28 cm kann es einzeln zu Verbrennungen kommen. Ja, und dann geben alle an, von wegen, dass ich verbrannt habe. Gut, also wir haben den Otto jetzt gereinigt, irgendwie mit den Röhren innen auch. Wahrscheinlich sind echt die Röhren zum Offenhalten, du füllst die aus, obwohl ich mir nicht vorstellen kann, weil so Kautschuk hasst ja auch einfach so eine trockene Hitze. Du spülst es aus einmal, lässt alles abtropfen, wartest darauf, dass es wieder getrocknet wird. Aber abtropfen, das ist darauf wieder, das ist doch geschlossen. Ja, deswegen hast du ja die Klammer. Okay, sofern da eine Klammer ist. Da hätte ich mich echt vorbereiten sollen. Das hätte ich, das, fuck, das würde mich jetzt mal interessieren, wie die da gereinigt werden. Vielleicht will ich es auch gar nicht wissen. Naja, okay, dann ist sie jetzt gereinigt. Wir haben die Wäsche gewaschen, getrocknet, gebügelt und die Dame ist jetzt angezogen. Nach dem ganzen Stress, hast du da noch Bock auf Sex mit der Dame? Nein, an dem Tag erstmal nicht. Der Tag ist erledigt. Komm erstmal an. Du bist ja, alter, nervig. Und es ist ja das erste Date. Wir wollen sie auch nicht überfordern. Also du denkst gleich wie so ein Hananoku. Also erstmal, genau, erstmal flüstern wir ins Ohr und sagen, ist es jetzt vorbei? Du bist jetzt sicher? Also du denkst, du bist so ein Saver. Du bist so der Retter des medizinischen Kautschuk. Bist du denn, würden wir einen Namen geben? Oder oft sind die Modelle ja schon Namen behaftet. Ja genau, die Modelle haben ja schon einen Namen. Ja, aber würde man das übernehmen, würde man sagen. Selbst wenn du ihr keinen Namen gibst, dann bist du ja ewig vorbelastet mit dem Namen der Puppe. Sexpuppe Antje. Hornika. Longorius. Ja, ich sag jetzt Hornika, weil die so einen abschraubbaren... Ah, das ist der, die mit dem Einhornpenis auf der Stirn. Okay, gut, dann haben wir jetzt Hornika als Dame vor Ort und haben auch den Namen so aufgenommen. Postet man denn erstmal auf Instagram, dass man jetzt endlich in trauter Zweisamkeit lebt? Ich frage, wie, ah, wie öffentlich machst du das? Also wenn du halt schon in so Kikomori-Kreisen... Bei den Rezensionen, bei Bestseller, bla bla bla, und das halt alles nur in Deutschland, glaube ich, das wird in speziellen Kreisen mit tausend Decknamen vielleicht kommuniziert, aber sowas wie Instagram und Co., da kannst du davon ausgehen, dass da die wenigsten irgendwas kommunizieren. Hikomori. Hikomori. Ja. Also, ich glaube, da sind da... Das ist nämlich auch die Sache, wenn Leute... Zurückgezogen vom Sozialleben auch. Okay, wenn Leute dann auch, oder sagen wir mal, wenn wir, wir sind das jetzt mal, wenn wir dann auch sagen, wir wollen mit Hornika, wollen wir jetzt... Hornika, der Lenz ist da. Genau, also Frühling ist da, wir wollen mit Hornika raus. Haben wir dann halt einen Rollstuhl, weil Hornika ja echt schlecht... Na, oder wir legen sie uns neckisch wie ein Pullover um die Schultern, na, die Arme lassen sich ja verschränken, und du hältst sie dann spielerisch fest. Haha, Hornika, du bist so lustig. Ja, das ist vielleicht fünf Minuten lustig. Dann setzen sie einen großen Sonnenhut über. Aber wenn du dann diesen schweren 40-Kilo-Sack auf den Rücken hast und erst beim Innenhof bist, dann bist du Feierabend. Aber vielleicht kannst du sie ja beladen, dass du quasi die Picknickdecke und das Picknick hinten in ihrem Rücken in so Kartuschen belagern kannst. Ja, aber dann wird es ja noch schwerer. Du kannst ja auch einfach einen Rucksack rüberschneiden. Deswegen habe ich gedacht, wenn du die in einen Rollstuhl packst, der über ihre toten Augen eine Sonnenbrille klemmst, dann kannst du sagen... Ein Sonnenhut. Ein Sonnenhut. Ja, sagst du von wegen, ich mache gerade ein freiwilliges Sozialesjahr. Mit so einer pflegebedürftigen Dame mit der Figur einer Pordodarstellerin, die du in Dessous vergleichst. Wenn du rausgehst, kannst du dir auch mal einen von deinen Pullis anziehen. Außerdem stehst du ja auch da drauf, wenn du meine Pullis an hast. Genau. Und dann ist sie halt so. Dann fährst du mit der auf der Halbinsel. Nee, scheiße. Da habe ich auch wieder Schiss, dass das UV-Licht schnell ihre Haut blubbern lässt oder so. Ich bin mir sicher, dass das UV sicher ist. Okay. Also. Ich habe gehört, bei der 500er Variante ist das so, dass die künstliche Fingernägel aufgeklebt haben. Das sei das einzige Manko, weil die richtig scheiße sind und sich nach der Zeit lösen. Und dann hieß es, ist aber gar nicht schlimm, weil das Nagelbett sehr gut gearbeitet ist, optisch. Das heißt, man müsste halt nur diese Klebestelle dann reinigen und sie dann rot malen oder was auch immer. Und dann sieht es halt aus wie, ich sage mal, der klassische Look jetzt kurze Fingernägel und trotzdem lackiert. Ich glaube, da kann ich, ich meine, ansonsten kannst du ja auch in jeder Drogerie irgendwie so Gelfingernägel zum Aufkleben dir holen. Und du machst sie dann einfach nicht mit Nagelkleber, sondern mit irgendwelchem Permanentkleber. Krass finde ich übrigens, dass die ganzen Gelenke als auch Hand- und Fingergelenke alle einzustellen sind. Also die ist halt nicht mehr nur von wegen, was ich erst dachte, von wegen, okay, dann kannst du den Arm einknicken und dann hat die halt die Hand, wie die Hand ist so. Du kannst sie halt richtig... Du hast das komplette Terminator-Skelett drunter. Also das ist krass. Also dass das halt auch justierbar ist, dass es auch erstmal so hält und nicht von wegen, okay, ich biege jetzt zusammen und langsam öffne sich wieder die Hand oder sowas. Sondern es geht nicht in Ausgangsstellung, sondern so, wie du sie halt biegst. Also die sitzt, die kann zum Beispiel auch sitzen. Also nicht nur auf dem Stuhl sitzen, sondern auch flach auf dem Boden. Dann sitzt sie halt wie so ein zweijähriges. Also die Beine komplett gerade und der Oberkörper halt auch, also im 90-Grad-Winkel. Das sieht ehrlich gesagt auch schon wieder sehr spooky aus. Also in manchen Positionen ist es jetzt nicht, dass man denkt von wegen, oh Gott, was für eine Opferposition. Sondern mehr, das ist ein Cyborg, was vom Angriff. Ja, also das, was ich mit den kindischen Größen meinte, das fand ich auch immer so spooky, wenn die halt so ganz klein sind. Ja, ansonsten, wie gesagt, mit dem Endoskelett. Ich glaube, wenn du nur das Skelett siehst, das kann ganz schön creepy sein. Ja. Also ist das auch... Also ich meine, ich hoffe, dass das nicht dein Favorite dann irgendwann ist. Also in diesem Trevor Noah Extra, die hatten halt, glaube ich, aber auch so eine Basis-Mimik. Also und dann, das macht es ja noch ein bisschen creepier, wenn diese Metallteile noch so, einfach nur so Stellen für die Augen bauen und für die Mundwinkel haben. Also, dass du das noch einstellen kannst oder was? Nee, dass sie halt einfach so ein bisschen lächeln können oder so. Also den Mund festbewegen beim Reden können sie nicht, aber die haben so eine Basis-Mimik. Aber die du verändern kannst. Du sagst, traurig, lustig, freulich oder was? Ich glaube, es ist so ein bisschen an die AI gebunden. Also das halt von neutral mal lächelt. Ja. Mal dümmlich guckt. Okay. Naja, dann die Frage ist, wenn du jetzt zum Beispiel draußen wirst, ja, haben wir gedacht, mehr oder weniger kann man es ja noch verstecken. Aber dann ist ja auch, wenn man es versteckt, hat man vielleicht auch nicht so den Spaß. Wenn die ganze Zeit denkt, ich muss jetzt spielen, das ist halt eine... Nein, ich bin mit Hornika zusammen. Ich will mich nicht mehr vor der Welt verstecken. Hornika und ich sind ein glückliches Paar. So. Ja. Ähm, ja. Was ich sehr faszinierend finde, wenn die Augen so gezeichnet sind, dass sie dir folgen oder gemalt oder wie. Also... Ja, wie ein Gemälde in einem Gruselschloss. Genau. Ist die Sache halt auch, wie wirst du denn das erste oder die ersten Nächte auf Hornika reagieren? Ah, schläft Hornika im Bett mit dir? Ich glaube, das ist, ähm, ich wage zu behaupten, viele Leute, die sich eine Hornika ins Haus holen, haben nur eine 90er Matratze. Okay. Das ist die Option, besteht für die Leute also gar nicht. Ich glaube aber für die Leute, die ein größeres Bett haben und da den Platz drin haben, da kann ich mir durchaus vorstellen, dass Hornika im Bett schläft, mit ihnen, aber dann morgens weggeräumt wird, falls Besuch kommt. Hm. Also, dass sie die Tage... Aber also im Schrank oder was? Also, sie muss ja schon am besten dann so diese großen Metallarme, wo du dann halt in einer, ich sag mal, im Schuppen oder sowas deine Aluleiter ranhängst. Ja, ich hätte gesagt, wo du dann unter die Achseln einfach... Wie eine Wandhalterung fürs Fahrrad. Ja. Oder für eine Gitarre. Aber, ich meine, könnte man das nicht an, oder könnten wir das dann nicht in jedem Raum auf Standhöhe machen, dass wir so immer das Gefühl haben, Hornika steht, dass wir dieses Problem, wo alle sagen, die steht ja gar nicht, sondern sagen, bei uns steht Hornika immer an der Wand. Wo andere Probleme sehen, bieten wir Lösungen an. Genau. Wir haben, unsere Wände sind gepflastert mit so einer Reihe salutierender Hornikas. Und wir haben halt auch immer, damit es nicht zu dämlich aussieht, immer so ein paar Stehtische, dass Hornika auch mal ganz lässig den Arm drauflegen kann, so. Oder irgendwas. So ein bisschen wie, kennst du die Marke mit einer Drinnen-Folge, wo Dewey so eine Welt aus so Playmobil-Männern baut? Was baut er? Er baut ganz viele Playmobil-Männer. Die Hell wird das irgendwann unheimlich. Das Dewey hat quasi so ein 1984-Regime aufgebaut. Okay. Aus Playmobil. Ja. Ja. Also so, aber mit Sexpuppen. Ja. Gut, also wir waren jetzt draußen mit Hornika. Hornika schläft nicht in unserem Bett. Ich habe gesehen, das fand ich auch sehr gruselig, weil das sah aus wie deren Bett. Und zwar war das ein Doppelbett. Und in dem Doppelbett lagen zwei Hornikas. Und vom Bettbezug und alles sah das sehr halt weiblich aus. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob das, sagen wir mal so, das Gemeinschaftsbett ist oder das Bett der Frau ist oder tatsächlich, was ich dann halt als erstes vermutet habe, das ist das Schlafzimmer oder das Zimmer von meinen Hornikas. Und die liegen halt da. Und ich komme zu denen. Ja. Ich glaube, das ist das wahrscheinlichste Szenario davon. Also entweder das oder er wurde bei der Bettwäsche überstimmt. Schau nicht so. Es bleibt blau. Ich will... Ja gut, dann sind es rüschen und rosa. Nein, ja, wenn du jetzt auch noch... Wenn ihr beide mich so anschaut, dann kann ich einfach nicht bestellen. Hornika und Hornella. Echt. Hornella ist für alle da. Ich denke, ich habe ja einfach mal so ein Claim gesungen. Wie ist das, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, gut, das war jetzt erstmal ein anstrengender Tag mit Waschen, Anziehen und hast nicht gesehen, lass mal was essen. Hornika ist jetzt vielleicht nicht so. Die Zauberkünstlerin in der Küche und derjenige oder wir dann auch nicht sagen, bestellen. Bestellt man auch für Hornika mit? Und wenn ja, was? Also ich glaube, dann da wird es schon psychologisch problematisch. Also ich glaube, das Problem hat angefangen, als wir die Bestellung abgeschickt haben, oder? Bei Folge 32. Ich meine, ich habe mich gefragt... Ja, ich glaube, wenn du sie nur als Sexpuppe kaufst, das kann ich noch am ehesten verstehen. Ja, aber dann hast du sie auch nicht in deinem Alltag die ganze Zeit irgendwo sitzen, wie der Otto mit seinen FC Bayern-Dingen. Das andere, selbst wenn du sie im Alltag hast, sobald die Grenze bei dir verschwimmt, dass sie eine Puppe ist, ich glaube, ab da wird es richtig heikel, wenn du ihr Essen bestellst. Das Problem ist ja, dass das Gesicht das Gesicht ist. Also ich glaube, der Körper ist ja gar nicht immer das Präsente, sondern halt dieses echte oder echt rückende Gesicht. Ja, und das halt, wenn du sagst von denen, ich habe sie halt irgendwo versteckt, ist die Frage, wo versteckst du diese... Also ich bei mir, wo würde ich denn diese Puppe verstecken, nicht vor anderen, sondern dass ich nicht den Blick oder diesen Fokus drauf habe. Und wenn ich sie im Schrank habe und mir, keine Ahnung, eine Socke raushole und mir da aus der Ecke dann halt so ein gruselig echt wirkendes Gesicht anschaut, was ich dann dummerweise, weil ich keinen Platz habe, da irgendwie so reingezwängt habe, wie eine Leiche in Kurzschlusshandlung, wo dann halt der Kopf halt ganz bizarr abgewinkelt ist vom Rest und die Beine halt auch sonst wo liegen, weil dann einfach kein Platz da ist. Und ich dann halt jedes Mal mit diesem Blick klarkommen muss und dann vielleicht halt auch mein soziales Umfeld davon halt auch nicht gerade profitiert, wenn ich so das Gefühl habe, wenn ich menschliche Gesichter sehe, ich aber trotzdem anders reagiere. Weißt du, dass ich dann schon so getrimmt darauf bin, ich habe zu Hause ja auch so ein menschliches Gesicht, was mich öfter mal anschaut. Ich ignoriere das vollkommen. Irgendwann adaptiere ich das so in den Alltag und sitze dann halt in der Kneipe und ich bestelle, ohne irgendwie richtig zu interagieren oder sowas. Weil ich das ja, weißt du, man könnte sich vielleicht auch so ein bisschen was abgewöhnen. Boah, das ist Probleme. Ja. Gut, wie wäre denn das, wenn du halt das, wie würdest du denn das erste Date dann mit Honecker zelebrieren? Das ist ja jetzt nicht von wegen, ich habe sie aufs Sofa gesetzt und hat einen Pulli von mir an. Das ist ja jetzt hier kein Date. Du machst dann schon Kerzen an in ausreichendem Abstand, damit das Silikon nicht schmilzt. Du bleibst aber zu Hause. Ja, sicher. Ja, du bleibst zu Hause und dann servierst dir irgendwas. Das ist ein Flan, einen leckeren Flan. Du hast doch gesagt, Essen ist fragwürdig. Ja, du isst dann, sie isst nicht, weil sie so nervös ist beim ganzen Date. Also Date ist bei dir immer Essen. Ja. Du könnt ja auch einfach, du kannst ja auch irgendwie eine Serie, die du sonst immer nur alleine schaust, weil du Schiss hast, dass jemand dazwischen quatscht. Ja. Das wäre dann vielleicht mal ein Vorteil, dass du sagst, Mensch Honecker, weißt du, ich kann hier mit dir Avengers School of Aliens schauen. Avengers School of Rock. Ja, so. Und du sagst gar nichts und hast aber immer noch so einen amüsierten Gesichtsausdruck. Das gefällt mir, du bist sehr fokussiert. Ja. So was. Ja. Das könntest du machen. Ja, ja. Das Problem muss drin. Ja. Dann ist die Frage, wenn der Film zu Ende ist, dass man sagt, so. Was machen wir jetzt? Wollen wir jetzt in diese unangenehme Stille ein Gespräch bringen oder ein Penis? Party ins Schlafzimmer verlegen. So. Das ist dann halt auch die Sache. Trägst du sie dann ganz verliebt wie ein Prinz ins Schlafzimmer oder willst du das beim Tragen nicht spielen und sagst, ich probiere mal, ob der Kopf dich hält? Oder ich ziehe dich an den Füßen oder so. Naja, also wenn du das Gewicht ideal verteilen, dann im Gams Tragegriff. Du lädst sie dir also auf wie mit einem Katagoruma. Ja. Und dann trägst du sie auf den Schultern. Ich habe jetzt an den Halmichgriff gedacht. Das wäre ja vielleicht auch eine Art. Ja, das stimmt. Das ist auch eine Art. Genau. Da musst du ja rückwärts gehen. Da kann ich so einfach so, hoffentlich radiert der Hacken sich nie ab. Wir googeln gleich, was ist die Tragfähigkeit eines Roomba? Vielleicht kannst du sie dir einfach liefern lassen ins Schlafzimmer. Auf zwei Roomba bitte abfahren. Obwohl, die fahren ja dann immer nicht, wie ich das will. Wenn die beiden Roomba in sich im Chaos-Prinzip fahren, dann ziehen sie die ja wieder auseinander. Das ist auch doof. Das ist für ein Albtraum. Wird sie gevierteilt von Roombas? Oh mein Gott. Ah, du hast vier Roombas. Ich hatte sie auf zwei jetzt verteilt im Sitzen. Ich wollte sie dann, also wenn, dann wird sie gevierteilt in dem Horror-Szenario. Okay, du hättest dann im Schlafzimmer mit deiner Hornika vermutlich Sex. Ja. Dann bist du aber sofort wieder, ach nee, ist ja schon der zweite Tag. Aber dann bist du ja sofort wieder, nicht danach von wegen Supi, sondern Reinigung. Je früher, desto besser. Ja, direkt danach. Ja. Also nicht, ja. Das heißt, ausziehen und sie dann mit in die Dusche schleifen. Du bist wahrscheinlich dann auch noch nackig und dusch dich dann und währenddessen sie oder was? Ja, ich glaube, es ist am wassersparendsten. Also es klingt nach meinem Szenario. Das ist ein gruseliges Bild, wenn du nackt deine nackte Hornika wäscht und dich. Ja. In der Hoffnung, dass es dann wirklich sauber ist. Okay. Aber hat das dann nicht schon wieder so einen pflegenden Aspekt, dass du dann schon denkst, hm, also man muss ja sehr viel tun, als wenn ich jetzt auch in, sagen wir mal, der Altenpflege tätig wäre. Ja, du musst dein Material instand halten. Gibt es eigentlich verschiedene Altersgrade bei Hornikas? Du als Experte? Also die, über die ich geschrieben habe, die waren eigentlich alle ein Alter, aber es würde mich nicht wundern, wenn es auch ältere Gelbe, aber ich glaube, das hat irgendwo Grenzen. Ja, einfach die Konsistenz ist, glaube ich, schwierig. Ja, genau, dass du halt so faltige Haut mit Silikon herstellst. Ich meine aber auch, die großen Brüste müssten dann ja enorm weich und hängen können, aber dürfen gleichzeitig ja nicht einfach abgehen. Ich glaube, das ist nicht so das Problem, das kriegst du wahrscheinlich mit der richtigen Füllung hin, aber die Haut dürfte, dass die halt nicht mehr so feinporig ist, sondern halt so gröber, unregelmäßiger, ich glaube, das wird schwierig. Ja, und wenn du ziehst, muss sie sich ja immer wieder in Urzustand, also sonst finde ich so. Ich glaube, das ist ein Aufwand, der durch den Markt nicht zu rechtfertigen ist. Das klingt so ein bisschen wie eine Offiz... Bist du Pressesprecher von Penispuppe.de oder was? Nein, aber ihr bekommt einen Rabatt auf Penispuppe.de, wenn ihr Klaus und Dirk 20 eingebt. Oh, sehr gut. Okay, kommunizierst du das mit Freunden? Also sagen wir mal jetzt so, im männlichen, im Kumpelbereich, würdest du halt Brownie und Dr. Ranjit sagen, hier, beim Golfen nicht irritiert sein, da schaut jemand zu. Hier sind jetzt fünf Spieler. So. Peter ist auch da. Ja. Ja, was, ja. Aber ich weiß nicht, wenn wir jetzt ausgehen von dem Punkt, dass wir unser Sozialleben mit der Puppe teilen, dann würden wir es wahrscheinlich auch mit Freunden teilen. Auf der anderen Seite, dann bist du wahrscheinlich an einem Punkt, wo du keine Freunde mehr hast, außer Leute, die du in gleichgesinnten Foren auf Reddit kennengelernt hast. Was ist Reddit? Egal, im Internet. Meine Güte, wo bist du unterwegs? Immer ein bisschen Angst, ne? Nee, Reddit ist so eine Seite voller Foren. Eine Seite voller Foren. Ein Forum für Foren. Ja. Forum für Foren. Zum Beispiel. Das Forum Forumanum. Und da findet man wahrscheinlich dann auch die ganz gruseligen Bereiche. Auch, ja. Okay. Also Reddit hat auch ganz harmlose Seiten und es gibt immer wieder Leute, die da diese ganz sogenannten AMAs machen. Also irgendwelche Celebrities machen halt dann so ein AMA, das heißt Ask Me Anything, wo Leute ihnen halt beliebige Fragen stellen können und sie beantworten. Was für den guten alten Q&A? Ja, das ist ja in der Regel eine Rede und das ist auch thematisch oft. Beschränkt und da redet man ungern über penispuppe.de, Klaus und Dirk 20. Wir würden das vielleicht nicht machen, aber, wie heißen die nochmal, Honkanido? Hikomori. Aber die haben ja dann auch keine anderen. Also die hängen ja auch nicht untereinander rum. Ich glaube, du hast dann vielleicht im Forum Kontakt mit anderen und tauschst dich dann digital darüber aus. Aber es gibt doch mit Sicherheit auch die, wahrscheinlich Amerikaner würde ich jetzt mal so tippen, die so ein bisschen provozieren wollen und sagen, ich gehe damit ins Restaurant. Ich sage von wegen hier, das ist Samantha 3000, Tisch für zwei Personen. So. Und ich möchte auch, dass sie die bedienen. Und ich möchte auch, dass sie da halt sowas. Also das kann ich mir schon vorstellen, dass du sowas hast. Ja, ja, ja. Beziehungsweise, wenn du reich bist, dann hast du einen separaten Pflegedienst für deine Puppen. Also das heißt, reinigen, stylen, schminken, anziehen, sowas. Und dass du auch überrascht werden möchtest. Dann kommt halt jemand an und setzt sie dann heute einfach mal ins Bowlingzimmer. Und nix. Ha, was machst du denn hier? Und komplett in so einem Alltag. Das, was dich, wenn du nicht reich bist, einfach nur zu Tode erschrecken würde. Und dann auch mit so einem Thema. Ein Bowlingzimmer haben. Dass sie da halt, keine Ahnung, im Scuba-Diving-Anzug sitzt. Im Bowlingzimmer. Genau. Nix. Ja. Alles klar. Dann machen wir heute einen auf Tauchfahrt oder so. So ein bisschen, als ob man so ein Chatbot einen Stephen-King-Roman gegeben hat. Irgendwie sowas. Dass das immer nur vorbereitet wird und die Personen sind weg und du machst halt, was du, ja. Das ergänzend dazu, dass du einen Chatbot hast, der mit dir im Messenger schreibt. Wenn du auf Arbeit bist. Au, okay. Dass du zur Puppe so einen Chatbot dazu kaufst. Ja. Das ist vielleicht nicht verkehrt. Also, das ist dann, glaube ich, kurz vor Feierabend, aber ist, glaube ich, kurz vorher dann auch ganz schön. Also, ich meine, wenn du halt direkt vor der Puppe bist, kannst du dich, glaube ich, nicht so täuschen. Aber eine Konversation kriegt so ein Bot ja easy hin. Ja. Also, das merkt sich. Herr Schenkelmeier, ich kann jetzt gerade nicht. Ich habe eine Nachricht von Hornika 3000. Was schreibt sie? Was schreibt sie? Sie ist privat. Ach, Entschuldigung. Weitermachen, Herr Penisding. Herr Penisding. Ist das Vor- und Zunahme oder ist das ein Doppelnahme? Vor- und Zunahme. Ja, okay. Ja, Dirk. Wir nähern uns auch hier der gefährlichen Einstundenmarke. Ja, wir sind noch gar nicht weit gekommen im Leben. Nee, aber, ja. Ja, ist also, ne? Schwierig, ob man das öffentlich macht oder nicht. Und ich glaube, die Typen, die die Scham verloren haben, es öffentlich zu machen, haben keine Öffentlichkeit mehr. Aber ich finde deine Idee, dass sie halt immer wegkommt, wenn sie nicht zum Sex gebraucht wird, auch gruselig. Das ist so wie Hinkebein, der immer in die Kiste kommt. Es ist so, und was hast du dann? Hast du dann eine große Kiste und du weißt, was die Kiste bedeutet? Ja. Also, weil meine Kleiderschrank-Idee vorhin, habe ich gedacht, die ist halt einfach viel zu groß und das sähe gruselig aus. Machen wir einen Kompromiss und kleben ein Flashlight aufs Roomba. Äh, was ist denn mit deinem Flashlight? Das ist doch einfach nur so eine Röhre, wo Fleisch drin ist. Also wie Silikon. Also so eine Silikonspalte ist das ordentlich. Es ist doch, gibt es eigentlich Flashlight umgedreht, dass man quasi nicht hinten den Batterieverschluss aufdreht, sondern sagen wir mal, unten die Lampen aufdreht und hat einen Pullermann da drunter? Weil das wäre auch lustig. Können wir eigentlich genauso machen. Ich bin ziemlich sicher, ja. Das ist auch Flashlight. Ganz sicher. Ja, also so wäre dann quasi vermutlich der Alltag. Wir sind noch nicht, wir sind sehr im Willkommensbereich hängen geblieben, so. Aber ich glaube, so die Tatsache, dass du wahrscheinlich dann sehr introvertiert und sehr mit dir zustimmst. Wenn du die ganze Zeit auch im Netz bist, dann könntest du natürlich auch für sie separate Accounts, wenn du halt irgendwelche, ich sag mal, irgendwelche Rollenspiele, Server-mäßig da halt spielst und hast halt für sie irgendwas bestellt, dass die halt sehr gut oder vermutlich für solche Leute sehr schlecht, dass du immer noch besser spielst als sie. Aber du kannst dann gegen Hornica halt auch spielen, sowas. Du hast dann halt auch, aber wo sie halt irgendwie gelagert wird, das gefällt mir noch nicht. Auch wenn sie halt irgendwo sitzen würde. Ja, dann braucht sie ein eigenes Zimmer. Aber das ist doch dann wie die Kiste, dass du weißt, du guckst halt drauf und denkst, die grüne Tür. Was ist da hinter? Oder du setzt sie einfach ganz normal, wie ein normaler Mensch, den ganzen Tag vor den Fernseher und lässt sie HDL gucken. Ich könnte mir vorstellen, relativ schnell würde sie bei dir halt einfach total menschlich aussehen, irgendwie total verdusselt, kriegt halt irgendwie bizarre Sachen wie zu weit einen Pulli, einen Schal, eine Mütze. Man kann sie fast gar nicht mehr kennen. Irgendwann werden Klamotten drüber geschmissen und dann nach einem halben Jahr, ach scheiße, das ist ja, ach so. Ja, sie kann als Garderobe im Flur stehen. Ja, genau, so wie der stille Sekretär oder wie das heißt, der stumme Sekretär. Die hängt dann halt in unserer Leitervorrichtung. Ehemals eine Halterung für eine Fender Stratocaster. Und dann werden halt Öffnungen auch missbraucht, indem dann halt einfach der Haustürschlüssel in den Mund gesteckt wird. Ich wollte gerade Haustürschlüssel sein. Naja, und dann ist es sowas von uninteressant, das Ding. Und wenn du irgendwann nochmal denkst, wie war das eigentlich, dann merkst du, das ist porös, das war es. Ja. Dann hast du auch keinen Bock mehr ranzukommen. Das ist so ein bisschen wie, der Tod steht ihr gut. So wird dann irgendwann das Ding sein. Ja. Überlegt es euch zweimal, ob es wirklich eine Real Sex Doll Live Action Penis Puppe sein sollte. Und dann kauft euch die offizielle, man lebt nur zweimal Real Life Sex Doll von Sir Sean Connery als Japaner. Alter, das lief gestern, vorgestern auf dem Nitro. Hast du mir erzählt. Ich mag den Film eigentlich ganz gerne. Also es ist einer der besseren Bonds. Weil da alles vorkommt. Ich wusste gar nicht, dass da halt. Das Hauptquartier im Vulkan. Genau. Und halt auch Blofeld, der ja eigentlich genauso, oder das ist ja eins zu eins die Kopie von einem späteren Bösewicht bei M, der mit der Kugel im Kopf, der kein Böse, nichts mehr spürt. Robert Carlyle. Ja, aber der hat ja halt auch diesen Matsch-Auge gehabt, sowas. Und ja, und dann halt auch einfach mit der. Und mit dieser Schwebebahn, beziehungsweise mit der Soh-Bahn, wo die dann immer rumfahren. Also diese Dinger. Ja, ja, also der ist halt einfach, was so genau den Quatsch angeht, ist der halt ganz vorne mit dabei. Die Sequenz, wo Sean Connery sich zum Japaner machen lässt. Boah. Also selbst mit dem umgeschminkten Gesicht sieht er halt null aus wie ein Japaner. Im Leben würde er nicht als Asiat durch. Ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben. Und irgendwann wird seine Brustbehaarung ja thematisiert, weil sie sagen, dass der Japaner an sich ja immer glatt auf der Brust ist. Und er dann wieder sowas sagt wie, keine Ahnung, irgendwie im Urwald sind die schönsten Früchte oder irgend sowas Ekliges. Um mal passend dazu, OSS 117 zu zitieren. Wie hießen nochmal die Chinesen, die mit den Deutschen verbündet waren? Japaner. Die beste Sean Connery Parodie, Jean Dijardin als OSS 117. Ja. Ja, ihr Nüsschen. Also wir sind ja überall zu erreichen. Auf Stitcher. Reallife-Sex-Doll.de So. Fünüsse at gmail.com At Fünüsse-Pod auf Twitter. Fünüsse mit Dirk und Klaus auf YouTube. Oder ihr schreit einfach Dirk und Klaus in ein Glas, schraubt es zu, schreibt oben Dirk und Klaus drauf und werft es in den nächstgelegenen Fluss. Und vielleicht kommt es zu uns. Ja, aber dann ist die Information ja nicht wirklich so kribbelig. Doch, wenn wir es aufmachen, kommt der Schreier raus. Ja, ja, aber wir wissen jetzt schon, was kommt. Ja, schreit was anderes rein. Können wir auch flüstern? Nee, das hält doch nicht im Glas. Okay. Lächerlich. Ich dummere. Cool. Männer. Frauen. Wegtreten. Frauen. Frauen. Frauen.